dann wollte was war das du hast ein Handy so wie es ehrlich kann Eisen mit nur ja ich hab noch später genau Prozent das ist was soll er nicht diese Scheiß kein Eisen mit Warte vielleicht ist hier in der Höhle Eisen das ist keine Höhle wir trotzdem Eisen Mist er kommt raus nicht die Kack nicht die Kack nicht die Kack nicht die Kack Ohr ist das Kaka das ist ein Tag nach seinem Geburtstag glaube ich zumindest ungefähr wenn ich das jetzt richtig geschnitten ab dann ist jetzt ein Tag nach dem Geburtstag erweilen doch ich habe gedruckt rein nee aber wie konnte man nochmal nach dem Schilder Croft'n äh gar nicht ach so doch mit dem Plugin ja warte 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 ich erinnere mich in ein paar Sekunden ähm da kann nur noch für sich um Sekunden handeln und zum Punkt Papier und String oben rechts in die Ecke so ich brauche jetzt aber hier irgendwie mal Eisenkollege jetzt hab ich meine Werkbank verloren aber da hinten oder war die hier Papier und String damit kann man sich schön erhängen das würde ich einigen Leuten als wir es auch mal raten so naja machen wir ja Pflasterstein-Exte die besten Exte der Welt Qualität hat seinen Preis Pflasterstein 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 so muss es sein ähm was gibt's noch zu erzählen ja letztes Wochenende hab ich so gut wie gar nicht geschlafen und bin dann in der Woche auch immer später ins Bett gegangen das heißt der Geburtstag wird super toll ich hoffe ich penne da nicht ein na egal ich hab Energydrinks mit und äh ich schaff das ich schaff das ich schaff das dann kann ich das Wochenende wieder nicht pennen weil ich wieder mit Energydrinks Energydrinks vorliegen gepumpt zu können die trinkt doch Milch ich mag doch ich mag ich habe aber kein Milch so da steht denn hier ein Erdblock schon wieder Schnee war Schnee war Schlacht ja so da unten ist auch noch ein Baum komm ich da rauf komm ich da rauf mit meinen unerreichen unerreichbaren Skills kommt natürlich drauf und kann den Baum wegkloppen k so und so ich könnte mal ziehen was in der nächsten Zeit noch alles geplant ist Projekten Projekten also zum einen als FIFA Karriere Modus hier ja wir haben ja und zum anderen kommt ja kommen ja bald ja ja FIFA Ultimate Team auch noch dann wird es in der Nacht nein leider nicht aber vielleicht ich glaube ja ja wie immer äh ich weiß ja nicht genau wann es war aber ich glaube es war Januar 2014 da kommt glaube ich die Polen ja drei Euro das sind das in die Spiel komp abkürzt jetzt jetzt hier jetzt jetzt und die Gerstel und ja der Polen ja ich muss sagen ich hab die ersten Teil nicht gespielt ich fand sie aber cool ich hab sie als Play gesehen und deswegen will ich auch ich will auch ich will auch so erstmal jetzt hier weiter Bäume abholzen Bäume Gedäume Gesäume Heule nicht in die Räume Beule Heule ah keine Ahnung Hä Säule Säule ja ja Säule natürlich konnte ich das vergessen so jetzt renne ich wieder in den Sumpf ich trottel ich trottel ich trottel ich würde jetzt auch die Dinger hier mitnehmen aber kann ich gar nicht weil keine Schere und kein Eisen das heißt ich kann auch keine Schere machen keine Scheren keine Scheren so kannst du alle um dich schieren ha 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 naja der war super jo ganz klar hoch jetzt hab ich da nebenbeschlagen Brüller Brüller ist eine Pokémon Attacke oh wer jetzt ist aber doof Prado kannst du wärst du so freundlich das Fenster kurz rutsch machen nach na 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 ich hallo was geht denn mit dir ab keine Hobbys welche Familie ah die ja ok die zwei Leute ja die zwei Mann naja das ist doch so naja darüber wollen wir jetzt aber nicht im Display quatschen aber ich meine nur ja ja kennt ihr auch so Leute die immer bei ich ankommen und sagen äh alter lass mal Kaffee trinken und dann immer einen Kaffee kriegen weil sie halt da sind weil man kann ja die sagen nee alter verpiss dich geht nicht nein nein das wäre unfrei nein wir doch nicht wir sind immer freundlich das war ganz besonders zu Leuten die die Netze zu tun ja nee aber zu denen sind wir wirklich nicht ja genau heute wäre ich habe kein Essen mehr ich hoffe das Essen hält bis zur Nacht sonst aber ich habe auch doch ein bisschen zu bieten mhm 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 so war hier so ein kleiner Baum Lernberg in Lernen so so das haben wir gleich wenn ich einen Hund finden kann ich ihn damit bringen da wiederum machen Katzen Nauhoch unglaublich die Neunches der Nachrichten und Folgendor ja ganz klar als bei die Gäste die Kanzler die Katze wahrscheinlich ja klar Reaktionserfänger ist unglaublich schnell was willst du was Jünger wird und das Team Gehreiter die ich mach dich aus das Schöße so Prozent Prozent das ist nicht mehr schweizendach für wenige Zeit nur scheiße Prozent ich weiß es nicht das ist eine Tatsache es wirkt so als wenn wir auf Drogen werden oder so was wenn wir in die 10.000 Stunden lang nicht geschlafen hätten also ich hab vor was ist das richtig geil ist ne mittwoch und donnerstag zu dritten das ist ein Hecht die Errichtung der Flüchtling Prozent das muss ich war der Fischung ich weiß es nicht was das mit dem Fisch zu tun hat aber wir reden nur Kacke jetzt auch nicht kacke sich nicht an Hohen ich habe zu kurz vor ich habe zu ich wusste dass es kommt ich habe natürlich nicht zu Krupp ist wir sollten vielleicht mal mehr verliert wir sollten ja vielleicht mal mehr schlafen vor dass wir sehen wie wir wirken vielleicht gerade gelangweilt aber es macht uns wirklich Spaß pass auf ich kenne Trick den habe ich auch in einem anderen Display gehört du musst deine Mundwinkel nach oben ziehen und dann sprechen dann wird so viel glücklicher das tut mir das klappt ja das ist echt es ist unglaublich das klappt auf jeden Fall man fühlt sich dann man fühlt sich dann meistens total bescheuert weil man halt die ganze Zeit so grinsen vom PC sitzt und stellen wir vor du das Facecam und will es die ganze Zeit reingrinsen und der Bühne und den Alta hat die Reignote oder so das Schilder Volkring vor wer also nicht denken wir haben eine Weile wir haben Spaß ich habe Spaß wir haben Spaß dafür töten wir jetzt ja ich finde ich auch scheiße wo mein Pferd wo sich denn das wissen dieses was ist noch nicht mehr Hades es war hat lustig lustig Koppel Buch Koppel Koppel das ist ja nicht nur ich will Spaß ich will es wird nachts so jetzt hoffentlich Sporner Schleim sonst wo ich umgekehrt was soll ich immer übrigens wenn irgendwas nicht so klappt dann hole ich den PC PZ Hau macht Spaß das macht Spaß das macht Spaß das macht Spaß Kuhl Kuhl ist die Uhr ich bin ich bin ich guck mal welche von den Nein nicht 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 nachher ein Schluss mit dem Kack da sein Krieger schon mal gespawnt wo haben wir denn den Mond ich glaube dies war der schon hier auch mal auf nach was denn 1 9 die jahre hier in der auslandfragen wie viele wort ich glaube ich habe genug holzen den stack meistern der voll so viel Zeit muss aber erst mal jetzt den Schleimpern schon ich bin stehen und ein fähes ich bin stehen und fällt ich bin ich bin ich aber das gewählt der böse Berger Sonsten mit Faust Prozent Korte und ich bin schlechte Witzler ich bin ich glaube ich noch mal ein paar Messerlein Wurz mit weil für irgendwas brauchen wir noch nicht weiß aber nicht mehr genau was das war für einen Jahr genau von meinen nicht weinen noch leiden das ist nicht so schlecht dass es war deiner der Städtchen das er wurde die Schlechtlein und bestätigt über das die die Städtchen ist so bescheuert so haben wir weil ich wollte sagen dass du an Land explodierst ne Mauer ein Ziel ein vorliegter und in der Serie in der Serie den gleichen Effekt mit dem und wie gehen und wie Kölner den Mund gut zum Beispiel zu haben die Sonne war die gleiche Fett mit den Mundwinkeln bekommt man übrigens auch wenn die nach unten nur so ganz ruhig kein Bock kann alles zu bleiben dort und Junko Kuh alle in Joffrey Spitz an nicht ja die Ausdruck kommen auch fast gar nicht immer von dir du was willst du in der Arsch geboren da ist für sich gewünscht jetzt wird so ja okay okay ich auch nicht wir werden nicht mehr das funktioniert was funktioniert und wir waren zu mir wie ausglauben dass mich wieder eingeloggt weil ich schon direkt vor mir das war eben auch schon ja ja aber das ja ich vergesse ich vergesse ich vergesse was soll ich vergessen ach 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 wo sind jetzt hier die verkackten hunde ich will an heute über ein haustier und der haustiere tötet er bekommt so ein straffpunkt ist die gewisse strafe und sie mit den straffpunkt mehr ja ich bin ja dass sie hier nicht mehr so eine scheiße sagt die im auspipst muss dann auch ja weil er nicht oder sie dass wir es wohl auch und die ausgibt bei wem also ja ja und er wurde das scheiß vollstück drauf ich verstehe es nicht ich wollte davon eigentlich sagen das n wort was ich schon mal gesagt habe hä wo liegt das scheiß holz drauf ach ich bin voll ich bin nicht betrunken wie kommst denn dann so was getrunken ne ja die frisse betrunkener sau ey ich will auch noch was hier in der nacht werden aber ich find's nicht ja es ist der mitternacht es kommt die Vampire dann haben wir sie wollen die soeben die soeben dann hat er ein paar von Paulus von Paulus von Paulus wird bei jahrs a ich bin mit Kloppen mehr so was wird es der Wettbewerb warum die Lübungen sind eigentlich er lässt sich es gibt auch Baby Pickman zum wir haben schon mal gesehen wer sich noch erinnert griechend ist und ich will es nicht wieder extrem schlecht er ist gelte wurde umgepätigt ich war gerade abwiesen kurzem über sie auch nicht also ich brauche das weiter wo sind jetzt um die hier bei mir zu haben sie auch im letzten auch noch nicht so laut gehört das war unglaublich das habe ich nach einer leise gedreht hoffe ich glaube ich denke ich habe ich hallo spieler sind folgt die schießt ja nicht einmal dort war meine Herausforderung jetzt sind sie voll Lärm Low Bobs habe ich Pfeile mit bestimmt ich benutze gleich mal den Bogen und mache den platt weg ich habe ich Vielen Dank.